Ferdinand-Franz-Weilraff-Gymnasium und echten Vorführungen stattfinden lassen können, übergeben wir euch die Preise in diesem Video. Das diesjährige Motto für unseren wunderbaren Musikwettbewerb war Get Loud for Friendship, bei dem es darum ging, dass ihr euch mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzt. Wir haben unfassbar viele gute und professionelle Beiträge bekommen und hatten es echt schwer, hier die Besten auszuwählen. Dafür hatten wir allerdings Hilfe, nämlich durch unsere Jury. Diese Jury bestand aus richtig, richtig interessanten Leuten, denn dabei waren diesmal Katrina Flemming, eine Sängerin und Songweiterin aus Düsseldorf, Hubert Pieper, Sänger der kölnischen Band Cool und The Game, Louvro Langfort, der Intendant von der Kölner Philharmonie und Daniel Hambüchen, Radioredakteur von Radio Leverkusen. Ja, starten wir mit der Prämierung. Los geht's! Wir starten mit dem wichtigsten Teil dieses Videos, nämlich mit unserer Preisverleihung. Hierbei haben wir viele Kategorien und eine davon ist die besonders musikalische Leistung. In der Kategorie gewonnen haben vom Schulzentrum Buchheim Celine, Sadat und Hüsna mit ihrem Song Best Friends. Herzlichen Glückwunsch! Ebenfalls in dieser Kategorie gewonnen haben Eimin, Zera, Yahya, Azad und Dugal mit ihrem Song Freunde für immer und ewig. Herzlichen Glückwunsch! Noch mal in derselben Kategorie gewonnen haben Und übrigens noch mal am Schulzentrum Buchheim unsere Schüler Nora Ahmed Karin mit ihrem Song Who Are Always With Me. Herzlichen Glückwunsch! Unser vorletzter Preis, ebenfalls in der Kategorie besonders musikalische Leistung, geht an Isabel vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Köln mit ihrem Song Best Friends. Herzlichen Glückwunsch! Zu guter Letzt für besonders musikalische Leistung hat ebenfalls gewonnen Eva vom Schulzentrum Buchheim aus unserer EF mit seinem wunderbaren Song Friends for Life. Herzlichen Glückwunsch dafür! Wir machen nun weiter mit unserem Hauptgewinn mit dem ersten, zweiten und dritten Platz. Den dritten Platz in der Gruppenkategorie belegt haben Claudia und Anna von der Cologne International School mit ihrem wunderbaren Song Always Together. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit eurem Preis. Hallo, ich bin Claudia und ich bin Anna und ihr Best Friends. Danke für den dritten Preis. Weiter in unserer Kategorie beste Gruppenbeiträge nämlich den zweiten Platz haben gewonnen Laurent, Emil und Philipp vom Apostelgymnasium mit ihrem Song Freundschaft pur. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Vielen lieben Dank für diese tollen Geschenke. Wir freuen uns echt riesig darüber. Den ersten Platz in der Kategorie der Gruppenbeiträge haben gewonnen von der Cologne International School Melika und Marie mit ihrem Song Longtime. Herzlichen Glückwunsch! Danke, dass wir dabei sein durften. Wir freuen uns voll, dass wir erst am Platz wurden. Danke, tschüss! Kommen wir nun zu unserem Hauptgewinn in der Kategorie Einzelbeiträge. Hier geht es los mit dem dritten Platz. Den hat belegt Kira vom Apostelgymnasium mit ihrem Song Ewigkeit. Herzlichen Glückwunsch! Den zweiten Platz in der Kategorie der Einzelbeiträge hat belegt Mila aus Ratingen, nämlich vom Georg Büchner Gymnasium mit ihrem wunderbaren Song Back Together. Herzlichen Glückwunsch! Last but not least kommen wir nun zum ersten Platz in der Kategorie Einzelbeiträge. Hier hat gewonnen... Great! Sarah vom Kulturbahnhof und der Rockschule Niederrhein mit ihrem Song Das sind wir. Herzlichen Glückwunsch! Oh, danke schön! Erstmal vielen Dank und ich freue mich total, dass es jetzt angekommen ist. Es ist natürlich schade, dass wir uns jetzt alle nicht persönlich kennenlernen konnten. Die Jury und alle, die beteiligt waren und mitgeholfen haben. Aber dafür freue ich mich jetzt umso mehr, dass die Urkunde und der Preis jetzt bei mir zu Hause angekommen sind. Und ja, vielleicht sieht man sich ja trotzdem die nächsten Mal irgendwann wieder. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir bedanken uns ganz herzlich für eure wunderbaren Einsendungen und für die tollen musikalischen Beiträge, die ihr uns zugeschickt habt. Und freuen uns jetzt schon sehr auf eure Einreichungen im nächsten Wettbewerb. Liebe Grüße aus dem Schulzentrum Buchheim von Caro und Stefan. Bis später! Tschüss! Das haben wir gut gemacht, ne? Ja. Kaffee? Ja. Kaffee. Ich weiß nicht, was du überlegen, wie du weißt. Ist okay, ich vergesse deinen Namen auch. Weißt du was? Ich weiß nicht, was du in newspart, Ja. Und du weißt. Und du weißt. Kaffee. Kommut. Wieso? Wir sehen uns nicht. Und. Wir sehen uns. Ich will dieses Jahr. Zuh.